Heute ist wieder ganz besonders schlimm, ey. Ich habe nicht gefurzt nebenbei bemerkt. Aber wir haben sie. Okay, ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. In allen habe ich geheult. Also nicht in allen, aber vielen habe ich auch oft schon gezeigt. Ich habe keinen Bock mich immer zurechtfertigen wegen irgendeinem Scheißdreck. Gut. Ja. Metal Leute, Servus und Herzlich Willkommen. Tausche YouTube Leben gegen Liebe. Tausche Frau gegen mein Schwert. Tausche Fett und Metzheim gegen Liebe. Es wird zu schwer jetzt ohne dich. Doch aufgeben, das kann ich nicht. Das Leben ist zu schwer jetzt ohne dich. Was ist circa zwei Meter groß und kann nicht mehr Gift und Galle spucken? Hahaha. Reiner Winkler. Angeblich sind die paar Affen nicht echt von meinem Haus. Und das veröffnet mir zumindest um die Polizei, Alter. Das kann nicht sein. Korrektur. Korrigation. Pointe. Die Pointe. Jetzt kommt die Pointe. Mich gut artikulieren kann. Der Witz an vielen ist, dass ich glaube, dass ich eigentlich ein Mensch bin, dass ich sogar sehr gut argumentieren kann. Daher kann ich mir weder Hot Talks reinrendern, noch Metal reinrendern, noch irgendetwas anderes reinrendern. Wie kann man sein Kind so erziehen? Da kommen Leute mit ihren Kindern hierher, die fünf, sechs Jahre alt sind. Die absolut null begreifen. Die null davon verstehen und begreifen. Und jetzt sind schon wieder die ersten Hater da. Wo? Ihr Masken. Weiter geht's im Text. Äh, Drache, du willst also die 300 Kilo erreichen. Äh, renn dir das Zeug rein. Mund auf und rein damit. Äh, los geht's. 300 Kilo Staffel vor der Knaststaffel. Herre Winkler. Herre Winkler! Oho, noo! Haha! Guten Abend, da bin ich mal wieder, nach langer Abstinenz, der Mimumbaraka. Uuuuh, die Hater haben meine Fensterscheiben eingeschlagen. Ich schmeißen die jetzt ernsthaft Sachen gegen mein Fenster, nur weil ich nicht auf diese Pisser reagiere ernsthaft? Da ist schon wieder jemand da. Ja, es sind vorhin welche da gewesen, die auf meiner Kamera zu sehen waren und jetzt schmeißen sie anscheinend irgendein Müll gegen mein Fenster. Alter, schau mal und nehmt auch nochmal da, schau nochmal da. Wechsel, bin gleich wieder da. Kein Problem, kein Problem. Geht so mal ein Grünchengründer, weil du musst die Faust sprechen, du Arschluckern. Ich fasse mal allen das Video zusammen. Ich, 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 ich. Wir sagen, Rainer, du fetter Rainer, löscht dich endlich, dann hört das mit den A-M-O-U-U-U-U-U. Ich, 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 ich Doch jetzt ist es Schluss, Rainer, zu lange hab ich's mir angeschaut. Außer deine Softbox nahmst du dir nichts aufgebaut. Kannst keiner's empfinden. Mann, was hab ich laut gelacht. Nicht mal vorfährt du und was habt ihr, denn wird halt gemacht. Hallo? Staatsschutz, 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 Staatsschutz. Das Leben ist auf Tat, doch was so leichtes ist für Kinder, ganz egal, was auch passiert, denk dran, du bist nicht reiner Winkel. All die Steine an deinem Weg und all der Scheiß, der dich behindert, doch egal, was auch passiert, sei froh, du bist nicht reiner Winkel. Ich bin Drachenlord. Ich bin behindert. Ich hab keinen Respekt. Ich sitze über eure Stuhl. Ich, 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 ich bin behindert. Ich bin Drachenlord. Dabei ist es aber einfach so, dass ich nur für das verantwortlich bin, was ich tue, was ich sage und was ich mache. Du hast jeden Raum im Haus verdreckt. Du bist ein Messi in deiner eigenen Bude. Der letzte Abfall, der in Emskirchen lebt. Unbegründeter Stolz. Der letzte Schminkler. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Egal, ob du kleiner Dildo, äh, krosterer Massagegerät oder der große schwarze Lummi. Ja, äh, zeig mal den schwarzen, den kriegst du niemals ganz rein. Ja. Blt blt bllt Blt 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 bllt bllt Blt bllt blu Blt bllt bl Hate Opfrosch Herr Ram Dasserland Was ist jetzt los kas da Ich bin Apare Liszt Rosen weeks Jah Bogag der der hat ja 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 Weil wir gesagt wollen, Frankreich, Russland. Das sind Produzionen, die kann ich dir komplett zusammenlegen und wieder zusammenbauen, wenn ich will. Rums, bums in mein Tiger, rums, bums in mein Klieger, weil du auf Rüsten wohl hast, wenn du musst weiter nach außen und glatt. Fetter, rums, bums in mein Tiger, rums, bums in mein Tiger, rums, rums, rums. Sagt er hat ne Freundin und stillt an unseren Wissensdurst. War das dein Ernst mit diesem inszenierten Kissenwurf? Der ehrenlose Antrag, der dein Herz in tausend Teile bracht. Wie als der Stein von diesem Hater auf die Scheibe traf. Lü, 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 lügenlort. Lü, lü, lügenlort. Lü, lü, lügenlort. Dass die anderen, die gehadet werden, selbst zeigen wollen, dass man immer weitermachen kann, egal wie viele Leute einen hassen. Lü, 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 lü. Ich mach das voll für den Pass! Ja, sozialer Witter! Rainer, bist du jetzt immer noch rumgesiegt? Ja, halte mal, du witzig! Du bist doch ein dummer, sozialer, ausgefuschter Ruhe zu uns! Halte Maul, du witzig, Alter! Ich bin geimpft. Ich bin geimpft. Ich bin auch geimpft. Ich bin ein Winkler. Wir sitzen halt immer in der gleichen Krise. Der gleiche Scheiß jedes Mal auf's Neue. Bie disturb' auch die Idee Danske... Wir sitzen halt immer in der gleiche Krise, der gleiche Scheiß jedes Mal auf's Neue. Das ist echt so spiel, boah, hat sie mich auch. Stopp oder ich komm nicht. Mädel, ich bin Rainer, ich suche nur das eine Wassertiere und Greenpeace, finde ich am geilsten Königin, Positionen, jeder fragt sich wozu Dass du in ihre Fotze kannst, aber ich auch, verstehst du? Über bis an einste Sachmullen, blieben jetzt beim Lecken 30 Jahre ungefickt, wächst hinter mir ins Falschbecken Hab viel gesehen, so mit Pferden und Tentakeln Vibrator in der Eichel und der Sperrwamm zoffeln 17. November dann, die 100 Abonnenten kamen 7 Jahre drauf, 3 Nullen mehr Die Frage doch, war's das, wer? Rainer, danke für 7 Jahre gay Danke für 7 Jahre voller Hass 4 Jahre lang, die 100 Abonnenten kamen I'm a self-employed shift worker Busy rendering the new dragon one day Don't disturb me, touching my glowing spirit Busy rendering the new dragon one day Busy rendering the new dragon one day Busy rendering the new dragon one day And this person is our lord, Rainer Winkler, the Drachenlord I want the horns, give me the devil horns I want more beer in the Alicor I want more Hater than the Drachenlord